Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Wir sind hier in Pratolido, genau, und haben im letzten Part alle von den ominösen schwarzen Fählen der grünen Variante gefunden. Das hat uns folgendes gebracht, wir haben jetzt dieses Pokémon bei uns. Dinglu, ein Boden-Unlicht-Pokémon. Und eines der legendären oder mysteriösen Ruinen-Pokémon der Paldea-Region. Und heute machen wir das gleiche aber mit den violetten Stäben oder Pfählen. Ich nenne sie gerne Stäbe, aber es sind eigentlich Pfähle. Und der erste sollte gleich in der Nähe hier von Pratolido sein. Und zwar hier auf diesem hübschen kleinen Berg, auf dem wir glaube ich auch bisher noch nicht waren. Ich habe mir auch noch mal ein paar Finstabelle gekauft. Jetzt sollten wir auch für die Nacht dann gut ausgestattet sein. Willst du es jetzt aufnehmen? Danke. Ein Sonderbonbon. Und ja, lasst uns mal schauen, was uns die violetten Stäbe für ein Pokémon einbringen. Ich habe auch den Ort mal markiert. Wir wollen nach da hinten. Und zwar zu diesem hübschen kleinen Wasserfall da. Ich dachte, das könnte ganz gut funktionieren von hier aus. So, hier wieder runter. Und da ist noch der Zähm. Begrenzer. Okay, hatten wir schon mal. Also am besten fliegt wir gerne mal nach Pratolido und... Äh, Pratolido. Und geht dann direkt auf den Hügel, den es direkt hier vor der Stadt gibt. Siegel wäre super, Trank. Alles sehr praktisch. So. Und hier ist er. Der erste violette Pfahl und auch ein Gierspenst. Ach, cool. Von dem haben wir auch schon welche gesehen. Und auch schon gesammelt. Da werden wir in diesem Part nicht alle von den violetten Stäben sehen. Denn, äh, einige davon haben wir schon geholt. Oh, drei Gierspenstmünzen. Sehr gut. Die nächste Stange ist in Blickrichtung des, ähm... Der Stadt hier. Sie ist nämlich gleich hier hinten auf einem dieser Hügel. Jetzt will ich mich kurz ein bisschen orientieren. Es müsste... Der Hügel da hinten sein. Da, wo wir hergekommen sind. Wir sind fast dran vorbeigelaufen, ehrlich gesagt. Soll ich da links sein? Ja, das mit dem Gleiten ist so dumm. Warum geht das nur zeitlich begrenzt? Das ist so unnötig. Ja, da glänzt er auch schon. Das hätte man wirklich nicht machen müssen. Finde ich. Wenn man in den Kommentaren schon, wie ihr das seht. Sinnvoll? Oder bescheuert? Gut? Schlecht? Äh, nein. Natürlich will ich den rausziehen. Nein! So. Ich glaube, da ist noch eine TM. Die schnappen wir uns noch kurz. Geh vertrotz. Cool. Gut, als nächstes wollen wir hier nach oben. Denn der nächste ist hier auf diesem, ja, sehr auffälligen, ähm, Hügel hier. Ist der ganz hohe da. Da kann man sich eigentlich schon denken, dass da was sein muss. Ist auch so, dass wir nicht ein weiterer von der Violette empfehlen. Wie im letzten Part auch, werde ich euch das Ganze in die Videobeschreibung packen. In der kleinen Beschreibung, wo ihr hingehen müsst, sie zu finden. Und einem Timestamp für das Video. Also, dass ihr wirklich ganz einfach das als Guide benutzen könnt, um eure Pfähle zu finden. Vielleicht nicht sicher, ob wir hier oben schon mal waren. Ein bisschen was von Spiral Mountain aus Banjo-Kazooie. Aber wirklich. Fehlt nur noch Guntilda's Lair hier. So. Und ich höre ein Gespenst. Auch gut. Dann haben wir nämlich das auch gerade. Wie gesagt, keine Ahnung, was die wirklich dann für eine Funktion haben. Ob sie wirklich nur für das Fang dann in Pogo gedacht sind. Oder ob man noch mehr damit machen kann, mit diesen Gespenstmünzen. Wir werden es rausfinden. Aber nicht heute, nicht morgen. Wir wollen als nächstes zum Fluss. Und zwar nach hier hinten. Ja, aber so ungefähr hier. Ah, da ist es. Denn da unten gibt es den nächsten Fall. So, müssen wir ihn gleich im Blick haben. Ja, wobei er ist, glaube ich, hinter diesem Fels versprungen. Aber hier ist noch ein Trainer, den wir noch nicht gemacht haben. Also lasst uns den doch gleich mal besiegen. Dürfte in der Region ziemlich schwach sein, oder? Vater meines Klassenkameraden ist ein ganz berühmter Professor. Aha. Das ist ja schön. Rodrigo. Okay, ein Traumatum. Gute Gelegenheit mal unsere neuen Gefährten Dinglu auszuprobieren. Der übrigens eine Fähigkeit hat, die allen Pokémon, die sich auf dem Feld befinden, ihre Spezialangriffe senkt. Ziemlich dumm. Wirklich, wirklich dumm. Können Sie auch gerade mal kristallisieren. Dann haben wir den Unlichttypen auch mal gesehen. Da gehen wir auf Verderben. Außerdem würde es mich interessieren, wie diese Ruinen-Pokémon in Terra-Kristallisierung ausschauen. Ja, das ist ganz nett. Wäre natürlich nicht nötig gewesen, vom Power-Level her schon nicht, aber auch vom Level her nicht die... What? Das Verderben, so schwach? Ha. Achso, er halbiert... Achso, okay. So ist das. Es halbiert einfach nur die KP des gegnerischen Pokémons. Ja, wir müssen nachher Dinglu definitiv ein Gegengift geben. Nicht, dass es hier noch weiter leidet. Ja, die Region hier wird nicht wahnsinnig viel EP geben, aber hey, wir holen ein bisschen was vom Spiel nach. So bisher ein bisschen außen vor gelassen haben, nämlich das Erkunden und das Sammeln dieser Pfähle für die legendären Pokémon oder für die mystischen Pokémon. So, lass uns gerade mal Dinglu einmal heilen. Gegengifte haben ja mehr als genug. Und hier unten müsste dann gleich irgendwo der Pfahl sein. Ah ja, da. So, und wunderbar gelandet. So, der löst sich damit auch wieder auf. Also, als nächstes wollen wir hier nach hinten, Richtung des Ozeans, denn der nächste befindet sich hier. Und ich meine, dass wir den schon gefunden haben, ich kann mich aber täuschen. Und hier ist noch ein Gespenst. Also, lass uns mal schauen, ob wir den reichen können. Ich gehe noch kurz das Item mit. Gut zu das Ball. Was ist das hier für eine komische Weide? Hm, scheint etwas älter zu sein. Können wir da irgendwo in die Nähe fliegen? Stellt sich mir gerade die Frage. Ja, hier an den Strand können wir. Südliche Zone 5. Ist ein bisschen einfacher, von hier aus zu erreichen. Da ist gerade eine ganze Gruppe Voltel gestartet. So, wir wollen nach da oben. Nehmen da den schnellen Weg mit Miraydon. Ja, also, wenn man ein bisschen weiß, auf was man schauen muss bei diesen Pfählen, kann man sie beim Erkunden der Regen schon auch finden. Denn, äh, sie sind meistens an sehr speziellen Orten versteckt. Äh, also an irgendwelchen Landschaftsmarken, wie eben hier solche Ansammlungen von Seen zum Beispiel, mit ganz, ganz vielen Hügeln noch daneben. Oder in speziellen Höhlen, eigentlich immer an Orten, die man besuchen sollte, auch weil sie einfach hübsch sind. So, ziehen wir den mal raus. Beim nächsten bin ich mir versichert, dass wir den schon geholt haben. Der befindet sich nämlich gleich in der Nähe des West-, äh, des Osttors von Mesalona. Der wäre ungefähr hier. Circa. Und da können wir wunderbar gequem ans Osttor fliegen und uns den mal schnappen, falls wir ihn nicht sogar schon geholt haben. Ich meine, den hätten wir auf unseren Reisen relativ früh sogar schon gefunden. Und ich finde es immer noch sehr speziell, dass kaum jemand in der Region hier von diesen, eigentlich niemand, den wir getroffen haben, von den Pfählen spricht. Oder von den Ruinen-Pokémon. Oder sonst irgendetwas. Ist schon... ...eigenartig. Ich meine, der war hier auf dem Felsen. Da ist er jetzt nicht mehr, von daher würde ich sagen, den haben wir schon. Oder? War es ein anderer Felsen? Nee, nee, müsste schon der gewesen sein. Den haben wir dann schon. Ich hätte ihn ja hier oben raufgepackt, ganz ehrlich. Einfach besser gepasst, finde ich. Aber, ja, nee, es müsste... ...der hier oder der hier gewesen sein. Und auf beiden waren wir definitiv schon mal. Nein, es ist höher oben. Es ist schon der da. Wäre dann eigentlich hier zu finden. Ja, das ist hier. Und doch noch mal ein bisschen nach rechts. Ich will hier doch noch mal kurz hochgehen, einfach um sicher zu gehen. Ich meine, aber das wird ihn eben schon haben. Ich glaube, der war... ...war hier. Ja. Ich glaube schon. Gut, das war auch schon die Nummer 6. Ah, wobei, lass mich mal kurz schauen. Ja, doch, das passt schon. Ja. Ja, ja. Gut, also. Der nächste... ...ist auch relativ nahe. Und zwar... ...kurz die Stelle suchen. Ähm... ...hier bei Bollardin in der Nähe... ...müsste hier sein. Lass uns da mal hinfliegen und mal nachschauen. Denn ich glaube, auch den haben wir schon gefunden. Wobei ich hier... ...nicht ganz sicher bin. Aber in Bollardin haben wir uns... ...finde ich, ziemlich gut umgeschaut. Von daher... ...oh nein. Da ist auch noch Gefehle. Also wenn ihr hier... ...in Bollardin seid... ...eigen wir nur zum West-Poke-Center fliegen... ...und das ist genau der... ...Stein, der Grab vor euch steht. Kaum zu übersehen. Zieh mal raus. So, dann ist noch der letzte. Ähm... ...das war... ...dass wir mal kurz... ...schauen. ...dass auch in einer sehr hügeligen Region. Südliche Zone 3 ist wo? Hier oben. ...East Providence Area 1. Ah, hier. Diesen... ...ja, katzenartigen... ...die katzenartige Formation hier habe ich gesucht. Das hier sieht für mich aus wie ein Auge. Auch nochmal ein Auge, eine Nase, zwei Ohren. Katze. Auf jeden Fall ist hier links daneben dieser Felsvorsprung. Und dahin wollen wir. Lass uns mal kurz schauen, ob wir da irgendwo hinfliegen können. Ja, da können wir eigentlich gerade hier zum Aussichtsturm fliegen. Da sind wir ja ziemlich in der Nähe. Das ist eigentlich immer eine gute Sache. Diese Aussichtstürme. Sehr praktisch. Ihr könnt auch auf den Aussichtsturm gleich hochklettern, wenn ihr wollt. Dann habt ihr einen guten Startpunkt, um loszugleiten. Waren wir hier oben eigentlich schon mal zusammen? Ich glaube schon. So, komm schon. So, und wenn ihr von hier aus... ...in die Richtung schaut... ...ist er da hinten. Also schnappt euch Mirai dann... ...und gleitet los. ...besten hier einen Zwischenstopp machen auf diesem Felsen. Und dann seht ihr ihn eigentlich auch schon. Ist gerade da unten auf dem Grasfelsen. So, oh, ein Elektrofeld. Cool. Und dann ist er gleich hier. Schon ein bisschen versteckt, aber auffindbar. Definitiv auffindbar. So, das müsste jetzt der Letzte gewesen sein, wenn der Andere wirklich schon bei uns war. Und ja, wir wollen ihn herausziehen. Das Richtungen des Schreins ist natürlich ein seltsamer Schrei. Ups. Ja, falsche Taste. Oh, schauen wir gerade, wir gehen nach Norden? Okay, gut. Weil der Schrein... ...ist am Wasser gelegen. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren mit der Karte. Müsste aber theoretisch hier sein, dieser Schrein. Okay, ähm... Da können wir eigentlich auch wieder zum Strand fliegen und von da aus losgehen. Auch hier wieder hochklettern und... Der Schrein müsste, glaube ich, da in dieser Einbuchtung sein, wenn ich mich nicht täusche. Ist er noch weiter oben? Äh, nee, ist noch weiter oben. Ah ja, hier ist diese kleine See, genau. Wir müssen an dem See vorbei. Und dann wollen wir nach hier hinten. Oh. Hehe. Hier unten ist er. So. Mal schauen, was uns hier erwartet. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Ist den Schrein berührend? Ja. Ratteratteratteratterrumpelrumpel. Ratteratterrumpelrumpel. Unheilstafeln von Chongzian wirken. Und das Gefäß. Also, den Fehler machen wir nicht ein zweites Mal. Wir eröffnen jetzt das allererste Mal einen Flottball. Hat nicht gereicht. War zu erwarten. Schmarotzer. Okay, wir gehen auf Verderben. Dann machen wir das, glaube ich, aber nochmal. Und dann gleich nochmal. Ist eine gute Attacke, um Pokémon zu fangen, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen langsam, aber funktioniert ganz gut. Oh, wir haben verfehlt. Mist. Gut, dann lasst uns einen Hyperball werfen und hoffen, dass es drin bleibt. Mal mal Schmarotzer. Okay, ja gut. Dann gehen wir raus zu Lulu. Und ein Hyperball. Ach, komm schon. Ja, aber sie haben ordentlich was drauf. Sind schon ziemlich stark. Komm, bleib drin. Ich kriege das Gefühl, wir haben beim letzten einfach wirklich unglaublich Glück, dass es drin geblieben ist. Die sind ultra schwer zu fangen. Wir werden eine Fangquote haben wie die anderen mysteriösen Pokémon, so von irgendwie drei. Da bist du ein Weichen dran, um die zu fangen. Wir gehen für Espinodon, würde ich sagen. Da sollten wir sie aufs Wegstecken können. So, noch ein Hyperball. Komm schon. Immerhin ein Wackler. Oh, Gigasauber, das macht nicht viel. So, komm schon. Mann, fast. Blattgeisel, okay. Ist nicht so effektiv. Die Schnecke spielt mit uns. Ach, komm. Verderben, das kannst du gerne machen. Das kann uns nämlich nicht killen. Kann nur unsere KP halbieren. Wenn das weitergeht, sind wir morgen noch da. Hab verfehlt. Das ist uns vorhin auch passiert. Überball. Komm jetzt, stell dich nicht so an. Okay. Dann gehen wir raus zu Flaminkno. Hyperball. Du machst ja einfach, wenn es einmal wackelt, wirklich Hoffnungen. Und dann wird es doch nichts. Das ist gemein. Oh je. Dacke ging daneben. Aber die Augen von dem Vieh finde ich irgendwie cool. Das gibt's doch nicht, dass wir das jetzt nicht fangen können. So, komm jetzt. Das Fangen ist schwerer als das Finden von den Viechern. Komm schon, komm schon. Ach, komm. Verderben. Okay. So, bleiben wir jetzt drin. Hyperball. Fang es. Eins, zwei, drei. Ja! Haha. Chongyan wurde gefangen. Nice, 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 nice. Das Unheils-Pokémon. Es entzieht der Vegetation Energie, sodass umliegende Wälder auf der Stelle verdorren und Felder unfruchtbar werden. Ja, das nehmen wir gleich mit anstelle von Dinglu. Uh, cooles Artwork. Sehe ich dann noch was? Komm, ich sehe das eingrabiert. Das Siegel der Unheilstafeln wurde gebrochen. Oh, das ist ganz schön groß. Ich habe es vorhin gar nicht gesehen. Die Ranken sind auch irgendwie cool. Hey! Na gut, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Da gehen wir dann die nächsten an. Und nach den violetten und grünen würde ich sagen, schnappen wir uns die gelben. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao, Leute! Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag.